Hier, guck dir das an, sieh dir diese Herrlichkeiten an, diese wunderbaren Sterne. Und soll tausend und aber tausend davon geben. Sieh doch mal der, bewegt er sich nicht etwas? Das ist eine Warnung vom großen Meister da oben. Die Furzerei geht ihm auf den Wecker. Nur kleine, aber mit ihr Fee ganz kleine, sonst schlägt er den Blitz in die Kerbe. Mann, das ist denn die Heide, der da zum Chef. Nee, das geht nicht. Der Wind, der fliegt uns genau zurück ins Haus. Das geht nicht. Gehen wir schlafen. Gute Nacht, Mann. Okay. Gute Nacht.